So, herzlich willkommen bei Sasa Trading. Heute darf ich euch wieder mal einen Posten von der Firma Samsung präsentieren, den wir bereits heute Morgen abgeladen haben. Es handelt sich hierbei einmal um Retoure. Dazu gibt es auch selbstverständlich wieder mal eine Listennummer. Und zwar handelt es sich hierbei um die Liste 1495 mit 31 Paletten. Davon habt ihr unter anderem Side-by-Side-Kühlschränke dabei, Kombikühlschränke, Waschmaschinen. Und zwar hier die neuen Modelle von der Firma Samsung. Das war's natürlich. Untertitelung des ZDF, 2020